1, 2, 1, 2. Da sind wir wieder, ne? Mit Kassandra und Co. Mit dem Pferd unterm Po. So, haben wir das erlebt. Und wir müssen mal schauen, was wir machen. Was machen wir denn schönes? Da drüben gibt es auch irgendwas. Die Hirschkote melken wir erst später, haben wir gesagt. Ah, der Tod am Steuerungeheuer. Steuereintreiber müssen wir machen, oder? Na, das heißt machen wir das da. Und dann gehen wir zur Schlacht, oder? Bevor der weg ist. Ja. Ähm. Ansonsten. Start. Weiß es noch. Was rauchst du für ein komisches Grad? So. Was? 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 Rohstoffe. Bester? Wie! Was? Oh je. Na los, komm. Na los. Ella. Abort on Temper. Okay. Hier passen die Wachen sicher gut auf. Waaah. Ja, was ist mit dir? Oh je. So. Das müssen wir mal den bearbeiten da bis hin. So. It's burning man. Busch brennt. Da war's der nächste Kandidat. So hinten. Hier geh ja da frontale, ne? Frontale. So. Und fuhr dieser. Wann breinst du denn? Du Idiot schon? Ich hab gar nichts gemacht noch. Zack, alter. So. Schützenschreck. So, was haben wir da scheinbar? In Kiste. So. So. Ähm. Dann das. Warte mal. Icarus holen. So. Yo, Icarus. Wo ist die Stafel? Äh. Da. Haben wir nicht markiert, ne? In die Tür. Kling, kling. Nochmal starten. Ah, da oben. Da oben liegt die Stafel. So. Mhm. Jetzt hat sie schön gemacht. Vier Uhr, die Stafel. Sehr gut. Haben wir da sonst noch was? Nicht wirklich, gell? So. Ähm. Karte. Karte, Karte. Dann stürmen wir nach da hin. Ah, vor. Haben wir noch ein Pferd. Jetzt ist es abgehauen. Wie immer. Du kannst keinen. Phobos. Phobos? So, warum ist denn Phobos? Ich bin jetzt mit der erste Ela. Phobos. Los Phobos, du bist dran. Entschuldigung. Mein Phobos muss mal, ne? Festung Düstos. Oh, ziemlich groß. Festung Düstos. Irgendwo da drin müsste ihr Ehemann sein. Ella. Ella, vollziehen dann, komm. Na ho, Ruck. Jetzt müssen wir das mal auskundschaften. So. Ja. Ja, ja. Die rufen wir gleich mal raus. Danke, du. Jetzt kann ich du Geld. Vom, vom Spiel her. Ja. So. So ist das. Jetzt da. Schauen wir mal. Oh je. Da ist aber viel Action, glaube ich. Mhm. Mhm. Ob kann. Okay. Okay. Dann haben wir einen Schatz hier. Okay. Da ist auch einer. Der Klettermax. Da schläft einer. Das muss der Bauer sein. Er wurde eingesperrt. Jetzt haben wir, glaube ich, alles, ne? So. Der ist hierher gegangen. Und jetzt Kassandra. Streng dich an. Oh. 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 Ja. Ja. Biss니까 ein bisschen umbringen. So zack. Die rufen umbringen. So zack. Mhm. Komm mal runter. Einbildung ist auch eine Bildung. So, aufheben. Kommen wir mit mal. So. Fratz. Kleine Fratz. Schauen wir mal die Lager an. Oh je. Das wird jetzt kritisch. Wer findet sicher den Typen gleich. Oh Mann. So. Einmal auch. So. Hoppala. Fast runtergefallen. Rück suchen. Gehört uns. Gehört uns. Ah. Ah. Gehört uns. Gehört uns! Begwört uns! Was soll ich tun? Ja, sterben. Komm, Butler. Kriegst du nicht, kriegst du nicht. Aua! Komm, bitte, war. Du musst zeigen, Dawn. Hey, was machst du da? Hoppala. Was ist denn mit dem wickeres... Aua, Mann. Wo ist denn das Feuer? Schnell, verdammt. Naja, zu besuchen. Ja. Nee, nee. Ich bin auf Sparflamme. So. Cassandra. Glaube ich nicht. Da bin ich für sicher, da oben. Komm wieder her! Oh! Du kannst nicht. Ich bin sicher. So, komm her da. Du kannst nicht auf der Begegegegege. Ja. Dann bin ich auf dem Schild. So. Danke. Ich hecht dich. Du bist so hecht hier. Burden in der. So. Was andere? Hoi. 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 Over. Over. I lebsen af. Ach. Ihr werdet mich nicht finden. So, jetzt muss ich mal schauen, wie der drauf ist eigentlich. Brauchen wir den? Ein Wischiwaschi ist das ja. Das ist ein legendärer. Den können wir brauchen. Sag mir nicht, dass du pleite bist. Ach ja, jetzt kommt noch ein Selbnerchen dazu. Wo sind die Drachmen? Sag es! Einstecken alles. So, den müssen wir markieren. Das war ein legendärer. So. Der ist uninteressant. Komm her, komm her, komm her. Komm her, komm her! Komm her! Stier! Okay. Da. Da geht ein Abo rein. Okay. Oh je. Ich war jetzt voll rein, nur für eine Aufnahme. Aber, okay. So. Wie hat denn ein Typen kommt da? Ja. Ich will ja nicht, wenn ich dein Kommen geht. Oh. Oh, okay. Oh, okay. Oh. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Scheiße. Stieb den jetzt nicht weg, Alter. Ist der jetzt gestorben, oder was? Jetzt krieg noch ein Abo. Mann, 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 Mann. Super. Tor. Ganz großes Kino. Jetzt wird's alles sterben. Auf dir mach ich Krennfüße. Ja, komm, mehr da, Mann. Gib mal das Schild da, zack, Mann. Mach mir die Krennfüße. Ich brenne. Da, schau, Mann. Ja, flieg mal runter, da. Müsststück, echt. Bleib stehen. Wie ist hier drüben? Der ist ja nur bewusstlos, oder, Mann? Was ist mit dir? Komm her, Mann. Was ist das Geld denn jetzt ab? Ich sehe das als Vogelmensch, echt. Ja, ich bin da. Weg da mal. Scheiß, die waren dann. Ach, scheiße. Hör auf zum Brennen. Scheiß, die waren dann. Vielleicht ist es gut, wenn wir gestorben sind. Ich darf mich hier nicht erwischen lassen. Ich habe Fuss. Das ist ein scheiß Leuchtfeuer eigentlich. Das war richtig kacke gerade. Okay, dann wissen wir ja, was wir zu tun haben. So. Fahrle legen. Fahrle gelegt. Scheiße. Hier hat man Krampfenbeine. So. So. Gehen wir mal Blinden wieder. Fahrdunenhosen. Ach nö. Ich will ja töten. Töte sie alle Frodo. Töte sie. Das ist der legendäre Arkei. Ich nutze den Typen da drüben. Warte mal. So. 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 Wir setzen bald Segel. Wenn du mit willst, sei pünktlich. Ja. Benutz deinen Prügel. So. Ja, ja. Ihr kommt schon noch zum Stich. Knick. 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 Da ist er. Näht. Wir machen jetzt noch das. Ich kriege wieder ein Abo. Sehr gut. Lass mich mal wieder zoebern. Alles nur. So. 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 Sehr gut. Okay, was ist denn da los, jetzt so? Interessante. So. Was ist der Kollege? Wollen wir nicht? Was ist der legendäre? Wollen wir den killen vielleicht? Ja. Scheiß drauf, ne? Da, 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 da. Hau! Hier ist er voll rein da. Ah, 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 ah. Ich brenne! Oh! Hoppala! Warum? Wenn ich's kann. Da, stirb ein bisschen. Wir haben das Bildzeug. So. So. Wo ist denn unser Kollege? Ah, ja, eh da. Sehr gut. Warte, doch ein bisschen. Was? Bats! Hey! Unfair! Unfair! Hoppala! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! So. Was ist los mit dir, Junge? So, flüchten. Auch, au! Das ist weg. Das ist weg, das ist weg. Das ist weg. Das ist weg. Das ist True Life. Ich geh mal blind an inzwischen. Oh je. Die kommt nicht da runter. Sandra, sprich runter. Sandra. Ja. Ja. Er sieht uns nicht. Er sieht uns nicht. Längst weg. So. Wo kam das denn her? Komm her mal. So. Schönes Ding. Und. Andere. Sehr gut. Okay. Jetzt geht's los. Ich bin ein Star. Kommt da raus da. Ja ja. Das war der Löwe. Der Lion King war das. So. So. Brennen. Das Ganze. So. Ähm. Vorne. Da. Schatz. Schatz. Anfänger. Schatz. Da haben wir noch. Wir sind noch offen. Eht aus der vorne noch mehr, ne? Durchsuchen. Sehr gut. Und wir haben das Lager geräumt. Jetzt kümmern wir uns um den Kollegen hier. 10.700 XP. Wow! Aufschneiden. Von euch weiß nicht, wer du bist, aber ich bin dir sehr dankbar. Egal, was passiert. Geh einfach weiter. Ich lasse dich nicht sterben. Folge mir. Ich kenne einen geheimen Weg hier raus. Es kommt mir vor, als würden die mich alle zwei Wochen hier einsperren. Ja, Cassandra will nicht runter, ne? Lass los, Cassandra. Lass los. Boah! Wow! Wo ist der Typ jetzt hin? Weil Cassandra nicht loslassen kann, ne? Weil sie immer so anhänglich ist. Ist der Typ jetzt weg? Wo ist der jetzt hin? Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Pferdchen, komm ein bisschen näher. Komm schon. Na. Oh Mann, ey. Oh Mann. Du hast mich gerettet! Überrascht! Es ist nur, du siehst eher wie eine Mörderin aus, nicht wie eine Heldin. Deine Frau bat mich nach dir zu sehen. Sie war besorgt. Meinetwegen? Tja, nach reichlich Wein. Ja, das klingt ganz nach ihr. Wie kann ich mich erkenntlich zeigen? Mit Cash, mit der Cash? Was ist denn mit dem Motto? Ich muss so viel wie möglich über die Messer erfahren. Sie sind so ehrgeizig und gierig, ohnegleichen. Sie sind wie Piraten, nur organisiert, vermögend und mit guten Verbindungen. Womöglich gibt es mehr Hintermänner als nur den Eisvogel. Zivilichtige Organisationen auszuschalten ist meine Spezialität. Deine Frau scheint nett zu sein. Nun, sie hat Geschmack. Ein recht teuren. Die Messer nehmen und nehmen und nehmen. Ich weiß nicht, was sie macht, wenn ich nichts mehr habe. Ich weiß, dass sie mich liebt. Nur will ich nicht herausfinden, wie sehr sie mich liebt. Aber du verdienst eine Belohnung. Ich habe eine Notreserve Drachmen in einer Höhle hinter einem Wasserfall. Nicht weit von hier. Sie liegt direkt nördlich von da, wo mein Karren brach. Nimm, was du für angemessen hältst. Nur lass etwas für mich und meine Frau übrig. Ich sollte meine Drachmen aus dem Versteck des Bauern in der Höhle holen. Wenn nicht, töten wir dich. Grobe Behandlung. Aber ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge. Und ich sage Tschau und danke fürs Zuschauen. Baba.